Ja, diese Veranstaltung ist für mich mittlerweile wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich finde, wir müssen einfach hier gemeinschaftlich mit unseren Interim-Managern, mit unseren Kunden diese Initiative aufgreifen. Wir müssen einfach aus diesem Jammern und Kapfer in den Sand stecken herauskommen. Und ich weiß, dass viele, viele der Interim-Manager genauso denken und auch die Kunden genauso denken. Wir müssen hier eine starke Stimme geben. Wir müssen auch diesen Impuls setzen für unsere Gesellschaft, damit dieser Industriestandort Deutschland tatsächlich auch wieder dort sich hin entwickelt, wo er eigentlich hingehört. Also deshalb finde ich so eine Veranstaltung wichtig. Ich danke auch ganz herzlich den Sprechern und Vortragenden heute, weil die das mit sehr viel Leidenschaft gemacht haben. Ich bin begeistert und ich kann gar nicht laut genug schreien. Leute, es geht noch voran. Wir haben so viel Power an diesem Standort, in dieser Gesellschaft. Wir müssen es einfach machen. Wir müssen es einfach machen.